Hallo, Donnerstag, 4. Februar. Wir haben heute ein knackiges Workout. Zehn Minütchen im M-Wrap, drei Dumbbell oder Kettlebell Power Snatches pro Arm, fünf Ground-to-Overhead, wo wir mit einem Gewicht arbeiten, mit beiden Händen greifen. Einmal vom Boden komplett über Kopf und neun Gymnastik Crunches oder V-Ups. Vorher haben wir aber noch ein kleines bisschen Mitlein heute und nach dem Workout haben wir noch einen richtig langen und schönen Cooldown. Also gerne alles einmal mitmachen. Warm-up oder auch mittleren Part. Wir starten mit einem 5 Minuten M-Wrap. Sechs Strict Sit-Ups. Das heißt einmal, wenn ihr eine App mit habt, gerne benutzen oder auch Kissen einmal unter den unteren Rücken legen. Füße zusammen. Jetzt halten wir die Arme immer vorne, legen uns einmal komplett ab und wieder nach oben. Gerne hier vorne einmal Boden berühren, hinten einmal ablegen und die Arme bleiben nah am Körper. Sechs Strict Sit-Ups. Danach zwölf Shoulder-Tabs in der Plank. Das heißt, ihr geht einmal rein in den Stütz, Schulter nach oben raus, Bauch und Po fest anspannen und dann heißt es einmal eine Hand vom Boden lösen und jeweils die Schulter berühren. Hier schön stabil bleiben und so wenig wie möglich nach rechts und links wackeln. Immer im Wechsel. Zwölf Stück insgesamt. Und letzte Übung. Zwölf Alternating Windmill. Die machen wir komplett ohne Gewicht. Das heißt, ihr dürft euch einmal breit aufstellen. Sehen gerne nach außen zeigen lassen. Dann ein Arm auf dem Oberschenkel, ein Arm Richtung Decke. Jetzt geht der Blick Richtung obere Hand und ihr könnt gerne hier am Bein entlang nach unten fahren und wieder aufstehen. Gleiches auf der anderen Seite. Hand zur Decke, Blick zur Decke und wir fahren hier einmal so weit wie möglich nach unten und wieder nach oben kommen. Auch zwölf Wiederholungen immer rechts und links im Wechsel. Fünf Minütchen. Danach gehen wir rein in ein Tabata. Das heißt, acht Runden mit jeweils 20 Sekunden arbeiten und 10 Sekunden auch arbeiten. Und zwar 20 Sekunden machen wir Dead Bug. Das heißt, einmal ein kleiner Käfer auf den Rücken legen, Knie ranziehen und Ellbogen Richtung Knie zeigen lassen. Und das Ganze halten wir. Die Schulter ist immer weg vom Boden. 20 Sekunden halten. Und danach gehen wir rein in 10 Sekunden Tuck Hold. Direkt, ohne Pause. Habt ihr die Möglichkeit, euch irgendwo aufzustützen. Parallels oder sonst etwas. Gerne auch zwischen zwei Stühlen zum Beispiel. Dann gerne die Variante machen mit Innerstütz gehen, Knie ranziehen und das einmal für 10 Sekunden halten. Oder das Ganze könnt ihr auch am Boden machen. Und dann heißt es einfach, Füße weg vom Boden und hier einmal die Hände nach vorne und das Ganze halten. Und dann ist in der Kombination mit dem Dead Bug und auch in der kürzesten Zeit, die wir ja nur haben, wahrscheinlich sogar die bessere Alternative. Also, acht Runden, 20 Sekunden Dead Bug halten und 10 Sekunden Tuck Hold halten. Danach gehen wir direkt rein in die Breakfast Workout. Das heißt, ihr braucht jetzt eure Dumbbell oder Kettlebell und wir machen drei Runden, zwei Snatches pro Seite, drei Ground to Overhead und vier V-Ups oder Gymnastic Crunches. Für die Snatches, die sind einmal vom Boden, mit der Dumbbell, einmal drüber stellen, Hiebchen nach hinten, bis zum Boden greifen, einmal aufheben, Hüfte öffnen, nah am Körper ziehen und dann setzen wir uns einmal drunter. Das Ganze für zwei Wiederholungen vor Seite und gerne schön zügig arbeiten. Für die Ground to Overhead benutzt ihr jetzt ein Gewicht mit beiden Händen und es geht darum, das am Boden einmal komplett ausgelockt über Kopf zu bewegen. Das muss kein Teenager sein, sondern wir versuchen nah am Körper vorbeizugehen. Auch hier Gewicht zwischen die Füße, Hiebchen nach hinten, einmal greifen, nah am Körper nach oben bewegen und komplett über Kopf ausdrücken. Versucht gerne hier, auf dem Weg nach oben und nach unten, so zügig wie möglich zu arbeiten. Das geht auch mit der Kettlebell, da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie ihr die halten wollt. Entweder umgeklappt, einmal Griff und einmal Boden greifen, über Kopf oder ihr könnt auch versuchen, am Griff zu halten und dann hier einmal über Kopf. So nah wie möglich am Körper vorbei und so schnell wie möglich zu arbeiten. Und die letzte Übung, die B-Ups oder Gymnastic Crunches. Bauch haben wir jetzt schon ein bisschen beansprucht. Einmal auf den Rücken. Variante 1, Füße rechter Winkel und dann versuchen wir hier einmal Richtung Sterse die Wiederholung zu machen. Gerne auch mit Händen über Kopf und dann Füße gestreckt. Oder die Variante V-Up. Das heißt, Füße gestreckt, Arme gestreckt, Schulter sind weg vom Boden und wir klappen einmal über den Körper zusammen. Also 2 Snatches pro Seite, 3 Ground to Overhead mit beiden Händen, 4 Gymnastic Crunches oder B-Ups für 3 Runden. Und dann seid ihr schon ready fürs Workout. 10 Minuten auf der Uhr einstellen und dann heißt es 3 Power Snatches pro Seite, 5 Ground to Overhead und 9 Gymnastic Crunches oder B-Ups. Anschließend, wie versprochen, noch ein ganz entspannter Cooldown. Ihr dürft euch jeweils eine Minute auf der Uhr einstellen und wirklich auch eine Minute pro Übung Zeit nehmen. Erste Übung, Pitchen. Wir machen wirklich eine Minute rechts vorne und eine Minute links vorne. Das heißt, Knie einmal nach vorne nehmen und hier versuchen ein bisschen zu entspannen. Das soll hier hinten an Oberschund, die Außenseite und Po zu spüren sein. Spürt ihr nichts, könnt ihr den Fuß ein bisschen weiter nach oben legen oder euch auch nach vorne ablegen. Eine Minute rechts und eine Minute links. Und danach gehen wir ein bisschen an die Schulter. Auch hier eine Minute rechte Seite, eine Minute linke Seite. Wir gehen einmal unterm Körper durch, legen uns auf der Schulter ab und das können wir ganz entspannt halten. Und danach eine Minute den Skorpion. Da dürft ihr gerne immer wechseln. Einmal aus dem Boden ablegen. Hände rechts und links nach außen strecken. Und dann linker Fuß geht Richtung rechte Hand. Immer im Wechsel. So dynamisch, wie es euch gerade gefällt. Und die letzte Übung. Auch wieder eine Minute. Den Fersensitz. So wie ich gerade schon ganz bequem saß. Einmal sitzen bleiben. Und jetzt wollen wir nach hinten uns so weit wie möglich ablegen. Also Variante 1. Erstmal Hände hinten aufsetzen. Wenn es gut funktioniert, versuchen ein kleines bisschen tiefer zu gehen. Vielleicht die Ellbogen aufzusetzen. Und wenn es immer noch gut funktioniert, gerne auch mal versuchen abzulegen. Vielleicht ein Kissen drunter nehmen. Und das für eine Minute halten. Da machen wir vorne alles auf. Dann wird das jetzt ein ganz geschmeidiger Tag. Schön, dass du da warst.